Oh, du bist jetzt echt reingeworgen. Ja. Das ist doch geil, oder? Schön. Also auch, dass jemand zieht. Ich glaube, es sind so nicht so viele. In jedem Fall kommt das. Schau, wie wir jetzt ein bisschen schon reingekommen sind. Ja, schau, wie wir es schon gesehen haben. Echt jetzt? Ja, schau. Warte mal kurz. Schau. Wie der Schenker. Wie der Schenker. Ich hoffe, ich bin mal auf. Jetzt mit einem S3 15 in F. Baujahr 2005. So Buchenhöger. Höher. Schönen Sie sich. Mach jetzt ein Ton aus. Nein, nein. Das Schenker. Ja, ja. Das ist ein bisschen hier. Das ist ein bisschen hier. Das ist gerade mal. Das ist schon wieder. Das ist 20 Meter. Das ist schon hier. 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 Nein, du machst das. Das ist schon hier. Das ist schon hier. Das ist schon hier. Das war der Fahrt. Nein, nein. Was habe ich denn gemacht? Gestern. Ja, okay. Was hab ich denn das denn gemacht? Die ganze Bilder von mir bekommen. Keiner mit Bilder von mir. Ich hab nicht mehr trinken, wenn du wegen Bandsamm. Ja, Mann. Das ist doch mal krass, ey. Du bist ja offen, dass ich einen Schildgeraden habe. Dass ich mich nicht einigen Peaxi gesagt habe. Das liegt für die Ver 얼�er bis zu einem Kumpel, dass wir ein Kummer aufgelisten wurde. Das war die Jungs mehr. Wääh. 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 Was ist irgendwann so gell? Wir haben noch nicht zu bekommen. Fääh. Oh, das Schiff! Wieso fahr mal hier hoch? Bist du die 838, ne? Bist du die 838? Ja. Hä? Wieso fahr mal hier lang? Weil jetzt kurz schon fahren. Aha. Ab und über Grundschule dann so. Ja. Aha. Das wusste ich gar nicht. Jetzt noch eine Sonderfahrt. So eine kleine Bahnfahrt über Grundschule. Ja, ich bin Garten zur Buchenhöhe. Die Tür ist mit draußen. Wie kann man eine Platz? Ja. Schöne es ja. Ich finde sie voll schön. Naja, also wenn wir kurz das waren, ich war ja noch mal ein paarии. Also wenn wir die Schöpfe wiederenten, das war erst ein Abschmauhaus. Oh ja. Ist alles nicht spürt. Und wir haben einen Abschmau. Ja. Und wir sind ja unten auf den Buchen. Ja, und wir sind ja unten auf den Buchen. Ja, das tut nicht so. Sehr schön. Und dann können wir sehen. Ja. Ja. Heißt, Tobias? Oh, es ist heiß, Tobias. Es ist heiß da vorne. Ritter war schon mal, weißt du. Ja, schon mal die Sonne an. Die Kommen sonst raus. Nein, nein. Nein, nein, nein. Tschüss. 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 Pappel. Ortsamarki. Du gehst schon wieder angeln? Ich glaube, das gehört mir nicht zu freundlich. Wollen wir eigentlich keinen Zettel mit? Warum nicht brauchen wir einen Zettel? Wir brauchen einen Zettel mit. Wir brauchen einen Zettel mit. Wir brauchen einen Zettel mit. Ich bin der Brombe und ich bin der Brombe. Ich bin der Brombe. Ich bin der Brombe. Stehen. Wir fahren heute. Ich glaube, wir werden das Gallen vom Volk hochgekommen. Wie geht denn das? Du hörst mir davon so, oder? Nein! Jetzt wird es noch. Jetzt bekomme ich den Zettel. Ich bin ich mit morgen. Bitte du dich. Und hier stinkt. Ich hab geschissen. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Deswegen Autofahrt. Das ist mein Auto. Was ist das für ein Scheiß Fischer? Ich hab geschissen. Ich geh gar nicht mal an den Zettel. Ich hab's nicht. Ich hab' keinen Autofahrt. Ich hab's nicht mehr. Ich hab' auch nicht mehr. Ich hab' ja noch nicht mehr. Ich hab' ja noch keinen Zettel. Ich hab' ja noch keinen Zettel. Doch! Fast aber! Ich hab ja nicht geschlafen. Ich hab ja nicht geschlafen. Und dann hab ich den Eis gekauft. Und dann hab ich gesagt, ja, hast du geklaut noch? Und dann kam mit dem Rohrlein, da hab ich den Eis noch zu ein bisschen. Wenn ich vorhin aufgehauen, dann hast du dich gemerkt, der hat nicht geschlafen. Nimm dich! Feiner ist. Die Röder ist fachlos. Sein Es ist fachlos. Untertitelung des ZDF, 2020 Schau dir auf die Straße. Hoh! Oh, langsamer ist meine... Ich weiß nicht, dass wir das Gefühl haben, dass es dann alles zusammenkommt. Oh, den Kopf, ey! Bei Stefan ist alles lockig. Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Es ist nun fast so einfach so fast! Es ist HEIMZER eine Pub leider Unautunnen War gorgeous Verkauf zu auf. Oh, ich mache das. Ich bin nicht mehr vor. Ich bin nicht mehr vor. Ich habe nicht mehr vor. Ich bin 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 nicht mehr vor. Das ist ein Dreckplatz. Ey, Dario, alles klar da vorne? Ja. Daria. Alles drin im Schritt. Carina, alles drin im Schritt. Ah, sorry. Du bist ja auch gebrotst, wenn du reichen kannst. Hältst du jetzt früher? Du hast Freude, lass die Finger ab. Ja. Ja, da ich. Da auch jetzt. Aber jetzt wird schön langweilig gewesen unten im Tal. Dafür schön. 3.15 in F mit Gangschaltung. Herrlich. Ach ja, bei der Talfahrt erste Reihe. Schönen Glück. Ist das eine Ruhe oder nicht? Der Grund ist doch noch. Polsklub. Der spielt schon freiwillig Polsklub. Ich hab ihn nicht gecheckt. Wo ist die nächste Haltestation? Weißt du das? Ehrlich? 838 auf dem See 315 in Ev. 2005er Baujahr. Sehr schön. Schade, dass ich da nicht am Kehlstein mitgefarmt bin. Mit so einem schönen Wagen. Das nervt mich ein bisschen. Ja. 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 Ein Maschke! Bisschen lossteigen. Ja! Die wären auch gern mitgefallen, wir müssten drum prüfen. So! Hör noch zu, du aufsteigen! Aargh! Ja, Maschke! Hör mal kurz an gehun. Ach, trag. Na, müssen wir lossteigen? Nein, die müssen bisschen nach Guine rumgefahren. Kommt jetzt! Wir haben natürlich schon einen Rufverdienst erwischt. Szentrum ist bei meinen Küchen. Wir sind nur ein Rufverdienst. Ich bin nur noch nie in der Rufverdienst. Ich fahre, dass es noch nicht so gut ist. Senfliness ist ein Rufverdienst. Dann fahre ich uns. Dann fahre ich mich. Ich bin aber auch frei. Ich bin gar nicht so pneumatisch. Ja, aber geht nicht vor uns hier auf die Haut. Toll! Was ich mache? Dann haben wir da auch Rückfahrt. Das ist ein reiter Stück. Ich denke, ich habe jetzt nicht. Okay, doch ein 415NF. Bisschen komisch. Am 2. An. 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 Ich habe meine Schwester inzwischen bekommen. Ich habe meine Schwester krank, dass sie gerade... Oh, cool. Oh, cool. Oh, Klauschen. Oh, Klauschen. Oh, die Beine. Oh, meinst du das hier? Oh, meinst du das hier? Das ist super. Oh, meinst du das hier? Nein. Ja, du meinst, das gibt's mir hier. Freue Welt. Das ist die Richtung. So. 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 Was? So cute Setra 315 in F-Feeling, wie es im Buch steht. ... ... ... ... Nein, okay, dann lasst du es. Genau, deshalb habe ich vorhin gesucht. Das ist ein Prozess, der mir hier auf einer Seite ist. Hast du das nicht verstanden? Nein, habe ich das gesagt. Nein, habe ich nicht verstanden. Ach, das war für den Töhl, muss ich schon. Ach, nein. Das war für den Ganschlupf. Vielleicht mit Seilsporn. Der hier reinsteht. Der hier reinsteht. Der hier reinsteht. Der hier reinsteht. Schöne Ich bin heute 20 Minuten gefahren, also. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Was? Was haben Sie gesagt? King of the road? King of the road Die Strecke hier ist schon schön, fahre ich schon so ein 2. Mal mit Gerade wegen dem Anstieg zum vielen Steinhaus Ich bin ja großer Bus Fan und Machen gerade Videos zu meiner Website Na ja, wir haben noch eine Website-YouTube-Kanal Ich bin ja großer Bus Fan und Machen gerade Videos zu meiner Website Na ja, wir haben noch eine Website-YouTube-Kanal Na ja, wir haben noch eine Website-YouTube-Kanal Woh! 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 Scharnske